Irgendwo? In die Wälder irgendwo, ja? Ja, da, da, da. Der ist runtergefallen. Der wird aufgefallen, glaube ich. Ja, hab ich gesehen. Ja, aber schießt man jetzt nicht, oder? Meinst du? Ja, wir könnten den da links oben gut holen, den blauen, den ich markiert hab. Der kriecht da. Lass auf den schießen, Flo. Das stimmt. Da. Okay, ja. Oh. Ja, ich seh' jetzt nicht mehr, das ist er hinterm Wald. Hinterm Bahn. Rüstung weg. Gut. Oder krass. Wir haben nur mal der Rift. Down. Hier unten war noch einer irgendwo, der läuft rum. Okay, wir sehen jetzt auch weiter. Ich hab ihn getroffen. Hier oben, down. Nice. So. Jetzt müssen wir jetzt mal schauen, ob von links welche kommen. Nicht blind runter rennen jetzt. Warte, ich hol schnell mal jetzt die vier mit. Na dann. Jetzt müssen wir laufen. Zehn Sekunden. Schau' du mal links, ob von links die zwei kommen. Ich schau' hier rechts irgendwie. Ach so, du bist jetzt steht wegen. Hier ist einer. Ja, wir müssen nicht immer direkt trauen. Wir können mit dem Gas mitlaufen. Jetzt 400 Meter weg. So weit geht's nicht. Ah, wir stehen da ein bisschen scheiße. Wir haben eine Kack-Position. Ja, ziemlich. Lass mal in das Haus hier her. Guck, ob von hinten wer kommt. Von hinten wäre Kacke, wenn sie uns holen. Da kämpfen wir nicht. Wir sind ja nicht in der... Wir sind ja nicht in der Zone, gell? Ja, aber das ist nicht schlimm. Wir können ja mitlaufen. Behalte dich nur, lauf nur so mit den Steinen mit, dass sie dich nicht gleich sehen. Dass du Deckung hast. Ja. Boah, wir sind perfekt hier, Flo. Ich schau' gut hier hinten so. Also hier links, ich schau' hier rechts hin. Zum Hangar schau' ich, zum Airport schau' ich hin. Ich schau' da hin. Ja, genau. Na, was meinst du? Ja, links halt. Ich schau' rechts. Also ich schau' Richtung 1 Uhr und du schaust' Richtung 11 Uhr. Ich schau' links schau' quasi, oder was? Ja, genau. Ich schau' rechts, wenn du auf die Karte guckst. Weil wir stehen in der Zone drin. Die werden gleich da irgendwo rumlaufen. Die werden versuchen rein. Wir sind gut in der Zone. Jetzt haben wir Vorteil. Die werden jetzt gleich bewegt sich die Zone und wir müssen nur 5 Meter vor oder so. Also ganz wenig nur. Hier ist einer bei mir. Der läuft drüber. Der kommt, Flo. Die sind zu zweit. Ja. Ich seh's nicht da. Ich seh's nicht da. Ich muss erst zu dir kommen. Ja, ich hab's meiner Position nicht gesehen. Da ist noch einer. Wo? Einer ist tot. Der andere war hier irgendwo mitten auf der Straße. Da hinten. Ich komm' ein bisschen rein in die Steine. Da hinten. Rüstung ist weg. Rüstung ist weg. Das sind zwei Leute wo ich markiert hab. Hier links. Bei mir. Bei mir. Direkt. Da hinten. Da hinten. Die haben sich hier geschmissen. Schau mal. Du kurz. Einer ist auf der Straße hier. Ich grapple. So hinter bei mir ist einer. Warte. Ich hab ihn. Wir haben. Hier oben. Links ist einer noch. Links versteckt sich einer flog. Hier. 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 Hier links. Der läuft jetzt rüber. Ja ich siegen. Wir haben einen Headshot. Oh Alter. Der ist aber nur down. Ja. Die letzte ist er tot. Wir müssen wieder versteckt bleiben. So ist gut. Ich guck wieder nach rechts. Hint down. Da hinten. Was kriegen wir markiert? Auto kommt. Auto kommt. Down. Down. Auto. Gehen hinter die Steine. Verbrauchbar. Verdaubar wir sind zu dritten oder noch. Das ist der letzte. Das ist der letzte Flo. Das ist der letzte. Ja man. Bleib hinter den Steinen. Ja. Er ist hier. Er ist unten. Jawoll. Ja. Ja man. Nice. Alter. Nice man. Geil. Geil. Das war eine geile Runde. Das war eine richtig geile Runde. Das war eine richtig geile Runde. Ja. Geil. Oh. Alter. Da ist er noch. Da ist er. Geil. Nein. Das war geil. Das schau ich mir gleich im Stream nochmal an. Wir haben gut Kipps glaube ich beide. Ja. Wir haben richtig gut gekippt. Ja. Kleber. Boah. Mein erster Sieg man. Locker jeder vier oder so. Oder voll viel Schaden. Die haben so viel. Ja. Oh du hast fünf. Ich hab nur drei. Oh man. Ja. Ja du wursch. Alter geil. Mein erster Sieg. Nice. Nice. Ja. Ne. First win im Zweier. Turesta. Im Zweier. Haben wir jetzt. Für den Zweier. Ja. Krass. Echt krass. Das war geil. Das war eine geile Runde. Ja. Schau jetzt ist es gelohnt dass ich nun gekommen bin. Ja. Haben wir ein paar. Oh Alter. Wir haben echt gewohner gell. Ja. Ich mach gleich mal ein Highlight Video. Und dann schick ich es in die Runde. In das Ding rein. Ja. Das war geil. Wir haben am Schluss einfach gut kommuniziert. Das war einfach alles. Wir haben so gut geredet. Wo du dann gesagt hast der ist da hinten markiert. Jetzt hab ich nicht wusste genau wo der ist. Ja. Ja. Der hat uns auch nicht gesehen. Weil wir in die Steine da drin gestanden sind. Ja. Und das Problem war. So ein LKW hat mich schon so oft zusammengefahren. Und du musst einfach nur zu den Steinen hin. Weil das bremst ihn auch. Ja. Ja. Ja klar. Da kann ich nicht viel machen bei der Steine. Ja. Das war echt geil. Das war richtig genial. Fahren wir mit jetzt zum Schluss. Da haben wir richtig noch was. Richtig noch was eckballert. Ja man. Also da haben wir echt jetzt. Das war geil. Richtig geil man. Boah Alter endlich. Jetzt hab ich auch mal gewohnt. Jetzt mach ich gleich mal ein Video. Ja. Geil. Jetzt geh ich zu dem Kreis der Gewinner. Ja. Mit mir kann man nur gewinnen. Haha. Ja ja. Mit Auswand. Bei beiden kann man nur gewinnen. Ja. Das stimmt. Ich bin immer bei so Spielen. Früher war das auch so. Ich bin so bei so Spielen so guter Koordinator oft. Also so ein bisschen so Taktik. Counter Strike hab ich auch mal so Koordinator gemacht. Haha. Okay. Haha. Geil. Ja. Geil. Geil. Müssen wir nur schauen. Weil jetzt bin ich schon Top 12 bin ich jetzt schon. Wie Top 12? Ich bin die ganzen Spieler. Ja du kannst schauen. Du musst mal schauen bei.